Ja, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie ist eigentlich so für die Geissens der Sommerurlaub, wenn man das ganze Jahr Urlaub macht, wie schafft man es, den Urlaub gegen den anderen Urlaub abzusetzen und folgendermaßen läuft das, die Nummer heißt Like Guys in the Sunshine. Ey, komm, es gibt schlechtere Wortspiele. Nicht viele. Robert, ich würde so gerne dieses Jahr Urlaub auf den Malediven machen. Gut, Frau. Mach die Tür zu, wenn du gehst. Ich habe nämlich keinen Bock, dass hier arme Leute reinkommen und meinen Reichtum sehen, dann werden die nämlich nur depressiv. Und wenn ich arme Depressive sehen will, dann setze ich mir den Vater hier hin. Äh, Robert, ich bin im selben Raum. Schon gut, Vater, du brauchst dich nicht immer dafür bedanken, dass du nicht obdachlos sein musst. Äh, ich bin dein Vater, Robert. Vater, wenn du schon Star Wars zitierst, dann mach es richtig. Ich bin dein Vater, Luke. Robert, nein, Luke. Ich bin mir ganz sicher. So, ich muss gleich noch meinen Physiotherapistin anrufen. Ich habe vom Portemonnaie-Schleppen wieder so eine halbe Bandscheibenvorfall. Hoffentlich versteht er mich diesmal, der Franz Hacke. Hallo, Guys hier. G wie Geld, Speicher, E wie Eigenkapital. I wie ist mir Eyal, S wie Sparkasse und nochmal S wie Superreich. Wie sieht das aus? Machst du mir heute den Rücken nochmal gerade? Äh, wie. Ja, wie, weiß ich auch nicht. Du bist doch der Physiophot, wenn man nicht alles selber macht. Vielen Dank. Ja, das war es wieder von mir und der Familie. Wer noch weitere Clips sehen will, einfach hier klicken. Dankeschön. Musik Musik